was sie doch nicht noch kommen kann ich habe das war vor Ewigkeiten gespielt da macht ich auch hoch die Läge ich mich Pfeil Tasten oder wer ist die Pfeil Tasten Springen Bild euch doch mal eine Meinung draus zum Beispiel auch daraus konnten wir das denn festhalten das mit Leertaste Guck mal so schieb ich das ja ne Ah ich hab das Ewigkeiten nicht mehr gespielt Gibt es irgendwie eine Steuerung Einstellungen so wird gespielt Aktion Steuerung gut so ich glaube die 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 ich glaube um das ist schon mit den Spinnen als Kurs an den Boot und BÄÄM! Vielleicht mache ich da auch nochmal ein kurzes Let's Play von... Das heißt kurz, mal durchspüren. Kann man ja machen. So, hier kann man sich hochdauern, muss man glaube ich, das Brot nehmen und das heranziehen. Genau. Verschauen. Und nochmal. Oh. Hm. Wie kommen wir denn an die andere Seite ran? Wie kommen wir denn an die andere Seite ran? So. Ah, einfach nur so. so und zwei Bärenfallen und da drauf getretene wir haben da Prozent Eier Prozent da wäre das passiert und ich mich jetzt erschrocken da war ja auch noch eine Bärenfalle das ist so kleine Rätsel versteckt so 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 jetzt wird es ruhig ich glaube es kommt ja was angerollt so die Paulus hinten war ein Seil da könnte man so wunderbar schwingen so jetzt an den Baum springen so jetzt ist man glaube ich hier wieder runter so 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 bei der Junge kann nämlich nicht schwimmen muss man dazu sagen so 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 so